A1 im März Die Dich verzaubern Gemeinsam können wir auf den Schwingen dieses Elefanten emporsteigen Das ist Entertainment pur Die März Highlights Jetzt in ihrer A1-Vidiothek Verzeihung, Sir, können Sie den Fahrstuhl bitte anhalten? Arschloch! Tessa, willkommen bei Vance Publishing Sie hinterlässt sofort Eindruck Wow Arden, Scott, hätte nicht gedacht, dass du auf Bad Boys stehst Arden! Ich habe eine Frage Liebst du ihn? Du wirst mir nie vertrauen Ihr Vertrauen? Wohin hat mich das bis jetzt gebracht? Ich dachte, dass es irgendwie besser wird Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll Deine Tessa, Arden, die gibt's nicht mehr Diese Geschichte mit dir und Arden Die geht nicht gut aus After Truth Verfügbar ab 4. März in der A1-Vidiothek Du schlägst noch nicht mal wie ein Mädchen Du schlägst wie eine Katze Ja, wie eine Katze, die nicht boxen kann Wir brauchen selbstbewusste, echte Kämpferinnen Wir wollen Fights Sie bewegt sich wie Neo in Matrix Ich habe keine Angst vor dir, Cobra Kai Achte immer darauf, wer hinter dir steht Ja, und du achte gut auf deine Front Das bleibt kein schönes Gesicht Das wirst du verlieren Ich spiele ja mit dir nur Wir zwei sehen uns morgen hier drin Das ist doch Wahnsinn Ein Baby, wir haben ein Baby Wir haben ein Baby Was ist das? Hallo, kleiner Dumbo Willkommen beim Zirkus Ihr habt Wunder Ihr habt Magie Du bist ein kleines Wunder, Dumbo Das ist jetzt genau wie in der Probe Nur mit Scheinwerfern, Musikfeuer und Publikum Du schaffst das Flieg, Dumbo Dumbo, jetzt in ihrer A1-Vidiothek Und wie ist es bei deiner Tochter, Ed? Ganz okay Ich habe das Zimmer meines Enkels, was er nicht so toll findet Unterm Dach? Wir sind eine Familie Da muss man Opfer füreinander bringen Du hast 24 Stunden Zeit Gib mir zurück, was mir gehört Oder trage die Konsequenzen Montageschaum Ich bring ihn um Ich dachte, du spielst den Weihnachtsmann Ich? Oh nein, das überlasse ich den Profis Hier kommt der Weihnachtsmann Heute habe ich ihm Tabasco in den Kaffee getan Immer Ärger mit Grandpa Jetzt in ihrer A1-Vidiothek Sie sind blond, blauäugig, berühmt Und feiern beide im März Geburtstag Das ist so cool Geil, super geil Na dann Vollgas und Come on Barbie, let's go party Bereit? Ja schon Sie ist plastisch Ja, wie soll man an die herankommen? Eher fantastisch Wow, ist der süß Die zwei sind einfach wie füreinander geschaffen Sorry Ken Wir feiern International Barbie Day Und wünschen Matthias Schweighöfer Happy Birthday Mega Und wie Diesen März in ihrer A1-Vidiothek Und wie